Hallo, ich bin der Dirk Deimel, bin geboren am 28.04.1969 in Winterberg. Ich bin eigentlich über das Tätowieren zum Schauspielern gekommen. Ich habe mal Anzeigen gesehen, dort wurden Schauspieler bzw. Kleindarsteller gesucht, die tätowiert sein mussten, habe ich mir einfach mal beworben und bin genommen worden. Eine Kleindarstellerrolle hatte ich zum Beispiel bei Alles, was zählt, eine Gastrolle. Dort musste ich mal wieder einen Bösewicht spielen. Ich weiß gar nicht, warum die mich immer als Bösewicht buchen wollen, obwohl ich mache das ganz gerne. Und ich würde auch gerne mal ein Leben spielen. Ja, dann hatte ich eine Kleindarstellerrolle bei Marielle Milowitsch in Klara Sonntag. Das wird auch demnächst irgendwann ausgestrahlt. Ja, und diverse andere TV-Sendungen, Kinofilme, wo ich dabei war. Und das macht unheimlich viel Spaß. Wenn noch Fragen sein sollten, bitte gerne bei mir melden. Ich antworte in der Regel sehr schnell zurück. Würde mich über das ein oder andere Angebot freuen. Und sage, bis demnächst mal. Ciao. tys correspond aufimas Ohneben.